ja willkommen mein name ist der nero lp und ich begrüße euch zurück zu let's play tales of xillia 2 ja wie ihr seht gibt es hier ein zwei veränderungen kann ich auch gleich mal alles zeigen und zwar habe ich mal ein paar dlcs hier aktiviert und aktivieren manche aktivieren weil ja kauft euch nicht die vom ersten teil wenn er wieder im zweiten teil übernommen was ich richtig geil finde ja und lud habe ich einfach genug waffen gegeben aber warum ja ich da wir ja im letzten part so richtig viel erfolg verbuchen konnten sarkasmus wieder aus werden wir jetzt ein bisschen trainieren und zwar den ganzen part lang also wenn ihr irgendwie story fortschritte sehen wollt dann überspringt oder guckt einfach diesen tag nicht und dann seid ihr alle gut dabei jedenfalls wir haben jetzt erstmal ein paar monster kaputt um was an level und fähigkeiten zu bekommen was gibt es da noch besseres als einfach ein bisschen takes off klamotten hier anzuziehen macht sinn oder ich hoffe dass das irgendwie gut gehen dass wir genug level erreichen wollen weil ich will das eigentlich hier nur ein part machen und nicht irgendwie zwei drei parts oder so wie im früheren teil weil es noch richtig blöd sehr schön wir haben schon oft genug gesehen gewonnen titel seelenfänger ok aber ich mit list ist noch verbunden war nehme ich an wo sieht man das jetzt eigentlich hier oder nach hier oder ja sie empfänger seelen entzieht ok das sowieso das ist sowieso hier irgendwie einfachste man bekommen kann von dem partner fähigkeiten ich war unbedingt die level wieder ein erstellung das macht mir richtig zu schaffen ich könnte vielleicht mal wir machen das noch mal so müssen wir mit den waffen experimentieren ich habe gesehen ich habe vier fähigkeiten habe ich noch einige ganz eigentlich das jetzt zum beispiel ja jetzt ein bisschen überspringen weil davon haben wir ja schon oft genug sehen mir ist gerade aufgefallen weil es überhaupt blutgas partner fähigkeit oder einzigartige fähigkeit was kann er eigentlich okay er kann waffen wissen hallo ist auch gut was er ist er weggerungen da nicht denn 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 aber okay cool stimmt ja okay cool danke wie geil so und irgendjemand was anderes machen auch okay das sollte mir zu denken geben vielleicht habe ich ja immer mit elvin zusammen tun hat bringt es vielleicht noch nicht neu gekommen wenn man schon von hinten und training session absolviert hat weiß ich mittlerweile wir die ganze zeit den ersten teil aufzugeben meistens sogar genau den gleichen tag er war sogar mit geil oder wecker und und sagt das hätte vielleicht noch mal versuchen können gegen wollt fällt mir da auch noch irgendetwas er kann sogar ein ausweichen geil die gegner hier machen wir ja locker für dich aber irgendwie kriegen auch vor das maul vom volt ja aber ich habe ich nach einem part schon genug level und so bekommen und genug fähigkeit und so richtig geil sehr schön ein bisschen mehr mit denen da vielleicht ja ein schusswaffen hat hübsche steine oder das ist weil verstanden aber kann deine tasche rülpsen sowie typo ich weiß nach jedem kampf irgendwie so eine sequenz da wäre ich ja hier ich will euch mal zusammen locken also machen dass die pros sag sag die 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 vielleicht auch mal wollte versucht abzuschließen die ganze zeit genau wie ich mich einfach getötet habe ich eigentlich so nicht versucht zu kämpfen weiter scheiß dann ist ludger wahrscheinlich einzige am ende am leben ist im ersten teil gesagt da weiß ich noch sehr schön also ich habe ich auch hier und 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 im hintergrund sehr schön und und sind eigentlich die ganze zeit power treffer schwäche gegen schusswaffen auf die 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 sind so schnell weg und neugierig und das vielleicht ist schweimtanz allein zum kurzen gewinnen sehr gut gut ist glaube ich bin da seine ausweich schritt macht dann kann er hat er mehr tp glaube ich oder ap az ja jetzt ist es richtig deswegen so wieder schutz hat hätte ich gerne guck mal was wir jetzt hier alles haben mein gott nach ein schuss sprung abbruch hier ist bei einer erdbruch das auch bald und elfenkreis ja die sind jetzt mal zweitrangig irgendwie sind die level hier erst mal wichtiger finde ich finde ich provoca man kann man nicht irgendwie sieht werden kann man nicht nach können der schön nach vom northwest mal ein bisschen von der kern ausschießen dort ich versuche mal gegen holz mit schutzwaffen an so kommen ergebnis boni basieren auf deiner leistung kannst du im kampf zulässige erfahrung sektoren folgenden faktoren ab deiner kombinanzahl wie schnell den kampf wenn es auch den kampf denn es ohne schaden zu leiden ob du in kampf gewinnst bei denen der gegner verbündete hatte was ja halt mal unter dingens kann euch monster bekämpfer und der staat ist glaube ich verbundene fähigkeit partner fähigkeit spiegel ja was macht das ja spiegel war das spiegel ich könnte ja mal versuchen jemand anderen zu steuern und dann zu gucken was seine fähigkeit ist dabei vielleicht mal eine idee was tut was wie hinter alt ihr könnt mir langsamer vor wenn es keine fähigkeit dafür gibt man noch nie mal das kann sein sicher er schon wird gerade noch ganz viele fähigkeiten wenn ich ihre übrig also lassen wir erst mal und wie es immer noch stark genug er kann es ja irgendwo nirgendwo heilen es gibt hier keinen gasthaus oder irgendwie so hat man eine funktion als gasthaus hat es ist irgendwie sehr komisch ja mal gehen du auch ich habe das reicht nicht oder verhandelt hinter ist vielleicht nicht so schlecht und leuchtet mehr gegner jedes doppelklingel auf die es dazu die knall aus du hast den mond aus der luft eigentlich ist egal sehr schön für die neuen funktionen die spiel sobald sind alle ein paar der wird schon mal aufgestiegen immer nach drei club und holt irgendwas wer du bist nicht und war mit der psyche warum nicht nachdem du feindlich verspottet hast brauche ich nicht da brauche ich jetzt hier aus nach dem schluss sprung abbruch nicht die pp gewinnen da brauche ich alles nicht erbruch nur noch elfenkreis kommt nicht so wenig und ich begegne hier so ein ding wie ich sie gerne nenne auch naja ich meine flieger wohnung machen aber das ist ja schon originelle aus ich habe nichts mehr von jenen und die tp ja voll im eimer sind sehr schön geließes wesens schon schnell aufgelegt genau wie im ersten teil ist irgendwie die die immer natürlich level hatte und so hat egal noch mehr dinge halten aber ruhig mal wieder respawn werden können ich kann mich auch schon auf dem weg nach volt machen kann das sein kann das sein schön klick um wohnung klick um wohnung daneben nicht schuldig können überhaupt schon mal den angst ich meine aber ja gelernt die hat er kenne ich noch daran dass ein schwärzer in dem boden und dann kommt so eine welle power combo dauern nein du nimmst jetzt weiß ich nicht schallstoß und beweglichkeit ne okay ich bin es ja irgendwas wenn ich eine angriffe ihr voll hoch level muss ich überhaupt noch mal hin nein also ein shop genau weiß mich den ganzen weg wieder hochlaufen vorher nehme ich euch noch mit wer wird gefühlt die werden gar nicht mehr mit verbunden aber nämlich gar ungeschlagen was ist er mich geschlagen wenn ich am boden lag warte mal ich möchte noch mal auf den boden fallen okay dann sollte ich auch ausweichen los treppen fahrt so zack was jetzt hat mir los warte mal ich will mal ludger steuern ich will mal elise steuern und dann war das eine hatte die fähigkeit spiegelt deswegen spiegelung da tippo entzug weil bei so ist das jetzt mitbekommen habe kopiert er die fähigkeit also das heißt wenn er mit elise verbunden ist bekommt er tippo entzug als partner fähigkeit wenn er mit juh verbunden ist bekommt er diese heiler fähigkeit ja richtig geil hier gibt es aber keinen daraus hier gibt es was weiß ich wen es hier gibt irgendwann mal wenn wir schon sehen hier wie heißt er noch mal der bruder ich habe seinen namen vergessen julius mein gott den gibt es hier der hat vielleicht potenzial hier ob du sie mich zu sein oder so wenn es so ist dann sagt mir aber nicht mein gott weil wer volles beuder 100 mag ich nicht warum wurde ich bei hens er verbindungs nicht licht meist blöd dass ich dingens nicht habe hier so essen hat mir mehr erfahrungspunkte gibt das kotzt mich ein bisschen an und elementar jetzt rum hier ist ein laden bringt mir aber nichts ich habe alles auf maximal ich bin hier von paul ja auch so kann ja auch nicht benutzen nein warum nicht ja ich muss ja glaube ich ein hoch gehen wir schon mal dahin wo geht es nach oben mal verdammt aua tut mich ja nicht will keiner schlägt mich einfach komisch ich kann sogar mit heiler ok sehr schön dann macht der männer beteiligt mal einfach ins welcher wo nie herausfahren wenn man schon ein level ab ist noch drin sein oder man bekommt mich nie so wenig erfahrungspunkte man ich brauche immer neue aufstieg ganz ehrlich zu früh zu früh immer noch zu früh doch spinne auch wenn er vertrauen können ist eine andere frage jetzt immer noch die große frage im raum für mich neben kann leben erhöhen er ist gut im kreis ist bald hochlevel strafen ausschuss nehme an mehrere fähigkeiten kommen wir wenn die auflösen oder so könnte ich mir jetzt ungefähr vorstellen jedenfalls todes aber dann mache ich noch sieben minuten wenn es nicht unbedingt eine ganze halbe stunde herum wenn wir noch ein level abbekommen haben dann können wir aufhören finde ich immer zwei level stärker damit er hoffentlich was bringen zack 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 und jetzt den ja ey ich wollte einsetzen man ich glaube ich spinne zack ich kann es noch mhm 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 wo bin ich wieder ach so ja würde ich vielleicht einfach überspringen und schnell weitermachen im text damit fertig werden ja zack es gab die gegner vorschau ja geschaltet mein gott glück oder so viel schwerter benutzt ja auch kann ich irgendwie einschneider strategie mäßig den dingens hier kämpfen sollen frei war zusammen selbstständig und man kann einstellen ob die dingens einsetzen sehr schön zack zack jetzt bin ich hinter dir wenn die kamera weggeschränkt ist was denn anscheiden ich bin halt sogar dass mein dämonen fast in luft einsetzen kann kann ich auch mit elvins dämonen fang äh dämonen haben das müssen wir mal raus können ne 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 n ne n da war zum teufel ihn fasqu��니 natürliche auslese sehr schön wird eingelang lang den den die 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 hälfte des levels gibt es noch nicht so wird gar freundschaft ist schon so eigentlich und albin verbinden dann muss er sich am feliz verbinden macht sind jetzt was er bevor sich selber in rot hat ich habe irgendwie akustisch nicht verstanden beweglichkeit oder geschicklichkeit geschickheit aber jetzt hier aus elisa ist immer noch nicht den zog gelämpft soll hat aber nur ganz in der neue art drachen ja oder das weit aber mein gott gibt es doch nicht ein punkt das wäre aber nicht richtig ich habe schon sagen dämonenchaos sehr schön deine katze ist zurückgekehrt wird nichts mitgebracht sehr schön jetzt gehen wir da einfach weg schicken mein gott wie viele dinge hat er hin wenn wir jetzt sowieso nichts haben jetzt bei euch aus stahl aufgestiegene folge ich kenne ich sogar noch die ganzen technik höre power kompon dauer ok ok nehmen du kannst noch etwas nehmen so lange als geschoss typo beheben verborgenes ziel stärker profaner ja noch nicht profaner der kiesel stein ich wollte aufhalten weitergehen dagegen manchen da müssen wir ihn aber irgendwann muss ich in irgendeine tür rein wenn ich aufpassen der kampf beginnt wenn sie cloud direkt schon mal sehr gut aber was ich treffe immer noch 200 titel natürliche auslese anfänger soll man das bedeutet mit dem offscreen man wird jetzt nicht noch mehr zeit verschwenden oder dieser ganze part eigentlich schon macht und als verbindungsseule wir sind so überpower trotzdem haben wir voll probleme mit dem post gab mal gucken ob sich das ändert aber ich möchte mal ein anderes kampf thema wenn ich glaube wir sind schon so weit oben sind wir jetzt mal gesporn die gegner direkt wir sollten mir das liegt eigentlich gar nicht angehören soweit bin ich noch gar nicht mehr vorher ich kenne aber leider schon dieses lied und sehr lange bevor ich sind von der gespielt hatte und par tp ansammeln das ist um so rang mit über so einsetzen aber wenn du die gleiche fähigkeit hast dann kannst du auch schnau breche einsetzen geil sehr schön dieses gestöhne von ludgeimer ja habe ich auch noch gar nicht erwähnt kann es sein dass ich hier vielleicht zu früh bin ich vielleicht wo er im anderen gebiet erst mal was machen müssen die auswahl ob ich gehen gehen wollte oder irgendwo anders sind ich glaube ich habe das falsch gebiet genommen da gibt es doch nicht selbst mal gut vorrat ja er hat geschossen schon ein level aber geht doch wohl noch ein level ab mehr will ich doch nicht dann ist auch feierabend der training session meinst du sagst na auch gut durch mal wollte abzuschießen vielleicht macht ein bisschen mehr schaden vielleicht hat auch da und den vortrag man finden die typen wir alle anfällig gegen schusswaffen möchte jetzt bekommen oder eine neue art keine zeit hier auszuprobieren weil ich möchte jetzt noch schnell davon ab machen und dann ende so zum glück tauchen die gegner immer wieder auf ja ist ein sehr produktiver park bin ich und wie ist die musik ein bisschen anders ja warum ist die musik anders im ersten teil also aber hey irgendwie blöd dasselbe nicht mehr so deutlich viel mehr api hat als die anderen engel der schlacht okay also irgendwas ist damit zu tun dass ich gratis klamotten trage ohne irgendwie was in symphonie zu spoilern also fans vorwart kann auch was ich hier mache irgendwie unprofessionell aus und sagt wer spricht da eigentlich warum spricht sie eigentlich weil er mal typo entzug einsatz war ich komme ich komme geflasht so schön wir gehen meine branchen komischen so drauf hey die attacke die möchte ich gerne engler schlacht anfänger die attacke möchte ich gerne hier haben ich will versuchen alle irgendwie genau da zu haben wo ich sie vor hatte keine ahnung erdbuch was mal das kommt manchmal erdbuch hatte ich hier dann hatte ich schutzwelt woanders aber geht jetzt noch nicht hoffe ich steht was jetzt noch nicht geht aber irgendwann dann dunkle kugeln ok da ist noch ein zwei kämpfe und dann haben jede hier in der abgabe nochmal nochmal zwei levels raus holt werden genau auch so 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 also kein bock ist ein beispiel und lütka oder mir okay ich glaube für elbe manche unbedingt noch mal aufleveln dafür dinge ist auf jeden fall ich war ja falsch ich musste unter irgendwie die tür nehmen war wie geht und andere einsetzen können das war jetzt nicht so produktiv egal bestimmt sehr spannend hier habe ich hoffe sich irgendjemand diesen part ganz angeguckt hat das gibt es auch nicht viel erfahrt konnte um alles du hast auch scream aufrufen und so da gut so da kommen wir mal auf dagegen wollte eine chance haben ich hoffe weil sonst war diese ganze training zwischen ein bisschen umsonst eine flinke umrundung gehört ein paar erfahrungspunkte noch für elbe großer bruder kleine schwester ok ich komme die titel alle mal im nächsten part an vor weitermachen ich habe mich nicht verlassen sollen aufgefangen muss man sich mal bitte ich vorstelle naja sehr schön da kommt direkt da wir haben genug wir haben zwei bilder zu bekommen hat müsste aber hoffentlich reichen dann versuch mal in der nächsten folge nochmal wollt klein zu kriegen ok bis demnächst tschau bis der nächsten folge danke fürs zuschauen tschüss